Dies ist nun der zweite Test-Stream auf Trovo. Der Arsch hat einen Blue-Screen verursacht. Tolle Plattform. Kann man sich nicht beschweren. Da steht, ich wäre live. Ja, das gibt es nicht. Ich will den Scheiß-Laut-Laut-Dings anmachen. Ich wette, wenn der Regler sich wieder bewegt, zack, wieder Blue-Screen werden. Ich sehe meine Lippen. Aber ich kann diesen Regler nicht wirklich. Ich will den Scheiß-Laut-Laut-Dings anmachen. Test-Mut, Test-Mut, Test-Mut. Ich wette, wenn der Regler sich wieder bewegt, zack, wieder Nutzbewerden. Okay, das hat schon mal funktioniert. Das hat funktioniert. Man sieht mich auf Trevo in sagenhaften 720p. Man kann sofort auf 480p und auf 360p einständig an meine Güte. Da labern die was von Twitch nachprobiert. Die sind 300 Millionen mal besser. Nur schon allein, weil ich hier die Beta ohne weiteres einstellen kann. Was Twitch in mehreren Jahren nicht programmiert bekommen hat. Was mehr als peinlich ist. Hm. Hallo? Ich habe mit Twitch nachprobiert. Die sind 300 Millionen mal besser. Ich habe keine Ahnung, wo ich einstellen muss, was ich streamen. Oder auf der Stream jetzt nicht gespeichert bleibt. Ich probiere mal 7 Days zu starten. Das hat ja vorhin schon so wunderbar gut geklappt, weil mein Steam-Account irgendwie sagt, da habe ich meinen Passwortzeichen verhätsch. Also muss ich mir mal von Steam neues Passwort schicken lassen. Das ist jetzt mal erledigt. Ja. Ich kann mich nicht anmelden. Warum nicht? Anscheinend habe ich mir was vergessen. Geben Sie Riemen also ein. Ich hasse das, dass man für Videospieler anwiederbraucht. So. Jetzt lasse ich mir den Artifizierungscode mal eben. Glück habe ich bis jetzt noch kein Windowscode. Passwort ändern. Geben Sie ein neues Passwort ein. Noch mal. Was muss man ändern? Dankeschön. Kannst du ihm anmelden. You are live. Schön, dass ich live bin. Test, test. You are live. Ich weiß, dass ich live bin. Jeder Mann hat auf dem Sack hier. Was, ich drehe seit 5 Minuten. Dann bin ich 6 Millionen Zuschauer. Was soll der Scheiß? Eine absolute Frechheit. Da steht ein Büro. Das bin doch eigentlich nicht selbst. Weg damit. Weg damit. Noch mal 7 Days öffnen, bitte. Hier haben wir ein neues Passwort merken. Jetzt meldet er sich an. Diese Sprache, Englisch. Egal. Weißt du das? Oh. Okay. So, irgendwie einstellen können, was man spielt. Da steht App, Notifications, getLX here, was soll das sein? Hier haben wir auf Settings. Hier haben wir noch Username, Username, My Wallet, My Channel. Na ja, kommen wir wieder hier hin. Kann ich denn nirgendwo? Share und Report. Info. Ich kann nirgendwo eingehen, was ich driebe. Hahaha, was für ein Scheiß ist das denn? Kollaps, Chat Viewers, Notifications, Chat Settings. Ja, ich kann den Chat outpuppen lassen. So viel wesig. Hm, Slow-Mode. Off-on, einmal Sekunden. Ja, weil ich so viele Milliarden Zuschauer habe. Das ist ja mal doll. Follower 0. Das ist nur viel. Ja, aber, aber, irgendwo. Dass da sich ja keine Einstellungen gibt. Discover Games Hollowing. Dann jede Menge Leute, die gerade streamen. Mit dir weiß ich jemanden, warum wir die alle her haben. Verscription by Jenny, Creator Studio. Bei Language hast du die sagenhafte Auswahl zwischen Englisch, Englisch und Englisch. Ähm, Creator Studio. Klick mal auf Creator Studio. Aha, da haben wir eine Kategorie. 7 Days to Die. 7 Days to Die. Da haben wir auch mehr Sprachen. Oh komm, Germany. German. Audience. 18 plus. Send it now. Jetzt haben wir es. So. Und wenn ich jetzt Freeload mache. Ja. Wunderbar. Jetzt steht da, ich spiele 7 Days to Die. So. Und wenn ich jetzt Freeload mache. Ja. Wunderbar. Jetzt steht da, ich spiele 7 Days to Die. Juuut. Ich spiele jetzt 10 Minuten. Das heißt der Stream begann wohl 3.35 Uhr. Also was. Muss ich irgendwie meinen. Oh. Ja, das ist einfach sinnlose Analyse weiter. Ich hätte einen ganzen Viewer, das bin dann ich selbst. Ich habe den Kanal sicherheitshalber 18 plus gemacht. Schischer, schischer, wobei ich so mache, ich baue Zombie spielen. Vor ich noch eine halbe Stunde, wartet derweil auf neue Zuschauer, in äh, hat sich überhaupt jemand in diesem Blog-To-Urteil findet. Und, ähm. Mal gucken. Ich habe mir jetzt eigentlich alles auf Deutsch eingestellt. Da steht Language, immer noch Englisch. Ruhig bei Chattings gerade. Hm. Gehe nochmal auf Creator Studio. Ja. Das Language steht nur für, was für ein Kanal es ist. Oh scheiße. Oh oh. Ich hätte gerade von einem Sekt angegriffen. Ich werde mal kurz die Kamera ausmachen. So. Bin ich wieder. Es gibt nichts mehr seit dem Sommer. Das sage ich euch. Na, weiter hier. Ah ja. Ach, ich habe den Sound noch gar nicht an. Ich werde jetzt wieder sagen. Ich werde es auch in den Held machen. 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 Vielen Dank. Mal gucken. Hä, wieso ist Desktop-Audio so unfassbar? Leise. Mein Desktop-Audio spinnt. Mein Desktop-Audio spinnt. Warum steht mir ein Desktop-Audio? Ach, drauf geschissen. Ich will gar nicht wissen, warum mein Desktop-Audio hier heute nicht geht. Ich höre mal kurz ein Spiel rein. Gar nicht so, warum mein Desktop-Audio hier heute. Ja. Da buchert er jetzt sich, aber man hört ihn nicht. Egal. Oh, die versteckten Filter? Nö. Mein Desktop-Audio ist kaputt. Ja, wieder ein Problem mehr. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Got the good Fear-App継 Sur. Ela hat eine great fangenote quê? Hm. 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 Die hat doch wieder von einem Sekt angegriffen. Moment. Schreib mal was in den Chat. Ich bin grün. Eigentlich grot rot zu sein. Aber es drehen an sich funktioniert auch mal ohne weiter. Wo er ist? Wie schon zack zack läuft. Ich bin grün. 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 Schau mal. Es wird kürzer. Es wird gleich Katsch. Stimmt, das wird ihr ja seit jeher, der hier zerstört. Ah. Okay. Das sieht aus wie ein Sediment, das ist fast schon Minecraft-würdig, ne? Hab ich so auch noch nie gesehen. Hat so was gewisses. Okay. 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 Vielen Dank. 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 ... 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 Ja, ein Drittel, zwei Drittel und das kleine Ziffer hier, das ist das dritte Drittel, das ist eigentlich eigentlich jetzt ein Tag Arbeit, das ist ein Stream, das ist jetzt zwei Tage Arbeit, aber eben nur, wenn ich durchgehend, Bergweg-Ballra. Neu. Alles, was Delfiner gebaut hat, ist gerade nicht da. Na ja, gut. Und dann beende ich jetzt den Stream nach wunderbaren 40 Minuten oder so. Und sage jetzt bis zum nächsten Mal, J-Advice auf Ihrem Kanal. Oh. Ja, jetzt habe ich schon ungeheuerne Vorstellung, wie es aussehen wird nicht alles abgedracht. Hier ist ja der künstliche Berg angelegt, der war ja nicht. Ja, hätte auch mittig ersetzen können. Auch sollte auf Höhe meiner Hütte sein, mittig. Und dann bin ich raus und sage Baba. Das war das. Vielen Dank.